Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Donnerstag, den 20. Juli 2023. Und wie gestern hier an dieser Stelle versprochen, wollen wir natürlich heute einen Blick werfen auf die Tesla Earnings, aber auch auf die Netflix Earnings. Bin etwas hin und her gerissen. Das Problem ist nämlich tatsächlich, die Tesla Earnings als solche waren sehr stark und auch die Vision, die formuliert worden ist, meiner Einschätzung nach. Dennoch, die Aktie hat in der Nachbörse dann ein bisschen Abgabedruck gesehen. Ich will eine Idee geben, woran das gelegen hat, aber insgesamt muss ich sagen, aus rein tradingtechnischer Perspektive und kurzfristig betrachtet, ist Netflix wahrscheinlich ein interessanteres Play. Und genau deswegen wollen wir uns heute hauptsächlich tradingtechnisch auf Netflix fokussieren, auch wenn wir zuvor noch einen Blick geben wollen auf Tesla und was dort eventuell noch anstehen könnte. Nicht nur für den heutigen Handelstag, sondern vielleicht für die kommenden Quartale bzw. die kommenden Jahre vielleicht sogar. Bevor wir einen detaillierten Blick werfen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hier von nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen. Von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xtb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt, ausgehend vom Risikoprofil, auch seinerseits bzw. des Traders des Risikoprofils, ob das miteinander korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen diesbezüglich vollständiger Risikohinweis, ganz besonders, findet ihr auf xtb.com.de. Darüber hinausgehend gerne die Möglichkeit nutzen, einmal den Kundenservice von xtb.com zu kontaktieren. Für alle Fragen rund um die Handelsstation, die xStation, um xtb.com, vielleicht als Broker, vielleicht um die Produktpalette, die angeboten wird und dergleichen. Sollten Fragen aufkommen, gerne den Support hier von xtb.com kontaktieren. In eigener Sache, alles was ich jetzt hier gleich präsentiere, das ist rein informativ und rein edukativ, ist keine Anlageberatung oder dergleichen. Im Falle von Tesla bin ich sogar befangen, ich bin langfristig Investor, insofern sollte man das vielleicht an der Stelle erwähnen. Alles was ich präsentiere, nochmal rein informativ, rein edukativ, es ist keine Anlageempfehlung. Alles was ich präsentiere, bitte nutzt es gerne als Denkanstoß und macht euch dann euer eigenes Bild, trifft eure Entscheidungen. Sowohl tradingtechnisch als auch langfristig, vielleicht aus investmentechnischer Perspektive. XDB, ausgezeichnet als bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, hier in der Mitte aufgeführt. Wer sich schon ein Bild von XDB gemacht hat und sagt, das ist ein toller Broker, XDB würde sich sehr freuen, wenn dieser Stimme Ausdruck verliehen wird, nämlich bei der Broker-Vergleich-Wahl, Online-Broker des Jahres 2023. Einmal hier den QR-Code scannen oder die URL einmal in den Browser eintippen. Gerne für XDB abstimmen, tolle Preise gewinnen, die Broker-Vergleich verlost. Also, XDB würde sich auf jeden Fall freuen. Ein Grund, der vielleicht dazu beiträgt, hier XDB seine Stimme zu geben, ist die X-Station 5, auf die wir jetzt an dieser Stelle hier einen Blick werfen wollen. Und ich habe den Chart von Tesla schon einmal vorbereitet. Den hatten wir gestern schon hier an dieser Stelle. Wie gesagt, wir wollen es so aufziehen. Kurzer Blick auf die Earnings, kurzer Blick auf das, was gesagt wurde, was vielleicht auch der Grund dafür war, dass wir diesen Drop auf der Unterseite gesehen haben. Aber dann tradingtechnisch, Fokus für den heutigen Tag. Meiner Einschätzung nach zumindest Status Quo eher eine Netflix. Also, wir blicken auf die Earnings. Wir blicken auf die Earnings, die ich hier einmal vorbereitet oder beziehungsweise gestern getwittert hatte an dieser Stelle. En Detail, nur bezogen erstmal auf das Business Automobile. Das betone ich deswegen an dieser Stelle so, weil Tesla ist eben nicht nur ein klassischer Autobauer, sondern Tesla ist weit mehr, wie gleich eben noch offenbar werden wird. Überzeugt auf breiter Front. Adjusted EBS, also bereinigter Gewinn pro Aktie. 91 Cent gegen 81 Cent erwartet. Das hat mich erstaunt, als ich es gesehen habe. Ich habe dann festgestellt, bei genauerer Betrachtung, es handelt sich um einen positiven Effekt durch Währungseffekte. Also, das heißt, durch Wechselkursschwankungen hat man hier ein Gewinn pro Aktie von 8 Cent höher ausweisen können. An dieser Stelle, als man ihn ausgewiesen hätte, wenn man diesen Währungseffekte nicht zu sehen bekommen hätte. Der Umsatz, 24,9 Milliarden gegen 24,51 Milliarden, konnte erwartet werden. Die Delivery Numbers zu Beginn des Monats waren sehr, sehr stark. Also, da durfte von ausgegangen werden. Sehr interessant. Das hat mich erst so ein bisschen Zähne knirschen zurückgelassen. Und dann habe ich den Kommentar von Musk im Earnings Call später gehört, beziehungsweise habe ihn heute früh gesehen. Ich musste ein bisschen darüber schmunzeln, weil das willst du als langfristig Investor, ehrlich gesagt, hören. FCF ist kurz für Free Cash Flow. Also, das heißt, frei verfügbares Cash, was du nutzen kannst, um zum Beispiel zu investieren. Neue Gigafactories im Falle von Tesla zu bauen oder Aktien zurückzukaufen oder Dividenden auszukehren oder, oder, oder. 1,01 Milliarden gegen 2,18 Milliarden erwartet. Musk sagt in diesem Zusammenhang, er erachtet es als lächerlich, dass man hier im derzeitigen Umfeld in dieser Größenordnung Cash verfügbar hat. Was nichts anderes heißt, als Musk ist weiter auf dem Investmentpfad. Also, das heißt, der will das frei verfügbare Cash möglichst effektiv investieren und weiter wachsen. Also, beispielsweise im Hinblick auf den Bau neuer Gigafactories oder dergleichen. Gross Margin, das war interessant, denn das hatte ich gestern gesagt, das wird eine Kernkomponente sein. Diese Brutto-Gewinnmarge, 18,2 Prozent. Interessant deswegen, weil nach den Preissenkungen im Automobilbereich logischerweise erwartet werden konnte, dass es hier einen Drop gibt. Unter der Erwartung von 18,8, aber immer noch solide. Also, wenn man sich die erste initiale Reaktion anschaut, dann sieht man, das hier war nicht in der Lage, große Volatilität irgendwie auf den Weg zu bringen, sondern das war wirklich eine stabile Reaktion. Sogar plus 1 Prozent, 1,5 Prozent, plus 0,5 Prozent. Aber das war nicht wirklich kursbewegend oder marktbewegend in irgendeiner Form. Was ich interessant fand war, und das war dann wahrscheinlich der Grund für den Drop nachbörslich und die Abschläge aktuell Größenordnung um die 4 Prozent, Seas Full Year Production 1,8 Millionen Vehicles. Also, das heißt, für das Jahr 2023, komplette Jahr 2023 produzierte Anzahl von Fahrzeugen 1,8 Millionen gegen 1,88 Millionen erwartet. Und der Grund dafür ist, der wurde dann offenbar und der sorgte, also der hat initial nicht für Abgabedruck gesorgt, aber der sorgte dann meiner Einschätzung nach für Abgabedruck. Und zwar, dass man nämlich seitens Musk sagte, dass es einen Global Production Upgrade geben soll. Wie auch immer sich das darstellt, was dann negativ sich auf die Produktion insgesamt auswirkt. Dass also weniger Fahrzeuge produziert würden, als wenn man dieses Upgrade nicht vollziehen würde. Dann hätte man wahrscheinlich die Erwartungshaltung erfüllt. Und das Interessante ist eben, dass das den Abgabedruck dann nachbörslich nach sich gezogen hat. Wie gesagt, ich glaube, der Fokus hier auf den Automobilsektor ist viel zu kurz gegriffen, besonders für langfristige Investments. Ich denke, man tut gut daran, auch darüber hinausgehend mal einen Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen. Zum Beispiel auf den Bereich Energiespeicher. Es ist hier toll vorbereitet von ForwardCap an der Stelle bei Twitter. Ich folge ihm nicht, aber ich habe diese Grafik gesehen und ich fand sie einfach sehr, sehr cool. Und wollte sie hier mit euch teilen. Und zwar das Non-Automotive-Business. Also Tesla ist eben nicht nur ein Autobauer, sondern darüber hinausgehend eben auch ein Energiespeicherbauer oder ein Energielieferant im übertragenen Sinne. Wir machen hier oder sehen hier einen Umsatz von 15 Milliarden US-Dollar ohne großes Aufsehen nebenbei, den Tesla macht, über seine Megapacks, also die Energiespeicher- bzw. Batterie-Packs, die eben produziert werden, die auch weiter hochgefahren werden sollen. Also Stichwort Gigafactory in Leftrop. Er hat auch darüber hinausgehend ja jetzt jüngst Gespräche geführt, jüngst in Anführungsstrichen, vor einigen Monaten Gespräche geführt in China zum Beispiel im Hinblick auf eine neue Shanghai Gigafactory. Wachstum dieses Segments, nicht Auto, 57% pro Jahr und auch potenziell ein zusätzlicher Booster im Hinblick auf den Gewinn pro Aktie, der sich, glaube ich, hier nicht widerspiegelt im Hinblick auf den Estimates seitens der Wall Street. Also das heißt, wo jetzt Währungseffekte hier positiv zu Buche geschlagen haben, ist nicht auszuschließen, dass mit einer Steigerung. Hier tatsächlich ist dieser Bereich, die die Brutto-Gewinnmarge, diesen Energiesektor betreffend, bei 18,8% aktuell, ohne dass das skaliert wurde bis dahin. Also da ist eher davon auszugehen, dass wir in die Mid-20er laufen im Bereich Brutto-Gewinnmarge. Das ist eine höhere Brutto-Gewinnmarge als im Automobilbereich und ein potenzieller Booster nochmal im Hinblick auf die Profitabilität des Unternehmens. Sollte nicht unterschätzt werden, lange Rede, kurzer Sinn. Dann starke Earnings, starke Giants, nachbörslich die Reaktion, wie gesagt, hauptsächlich durch den Fokus wahrscheinlich auf die Automobilsparte und die unter der Erwartung liegenden Produktion mit diesem Gapdown. Plus übergeordnet sieht es auch jetzt langsam nach einer Korrektur so ein bisschen im Nasdaq aus. Ich würde mir wünschen, wenn wir nochmal einen Rücksetzer sehen, wäre aber nicht überrascht, wenn wir deutlich die 260 halten könnten. Das wäre für mich längerfristig ein interessanter Bereich, gegen den ich mich investmenttechnisch positionieren würde. Und ich rede von Investments größer zwölf Monate. Also ich gehe davon aus, Tesla hat eine sehr, sehr gute Chance, wenn sich die Fundamentals so weiter entfalten. Auch das übergeordnete Bild positiv bleibt natürlich. Das setzt es immer voraus. Makroökonomischer Gegenwind sich beginnt so ein wenig zu legen. Geldpolitisch lockerer Fett und dergleichen. Dass Tesla eine sehr, sehr gute Chance hat, in den nächsten zwölf Monaten plus deutlich über den aktuellen Kursniveaus zu handeln. Nichtsdestotrotz, kurzfristig möchte ich einen Rücksetzer Richtung 260 sehen. Könnt ihr mir also kurzfristig zwar bearishness vorstellen, aber wenn ich eine Korrektur handeln wollte, und da kommt nämlich jetzt der Wechsel, dann möchte ich einen relativ schwachen Titel haben. Und ich glaube, relativ schwach wäre einer, da muss man jetzt erstmal schmunzeln, wenn man auf den Chart schaut, könnte eine Netflix sein. Was meine ich mit relativ schwach? Nun, das bedeutet, ich möchte eher durchwachsene Earnings und ich möchte vielleicht auch dann auf der Oberseite einen relativ stark überdehnten Modus, klassisches sogenanntes Buy the Rumors, Sell the News Event, mit auch einer bierischen Reaktion direkt auf die Earnings, wo ich dann tradingtechnisch für den Tag den Vorteil auf der Short-Seite sehr, sehr gut sich entfalten sehen kann. Wo wir einfach in einem vielleicht übergeordnet schwachen Umfeld mit einer Korrektur im Nasdaq auch Schwäche im Einzeltitelbereich vielleicht sogar noch verstärkt zu sehen bekommen. Und da kommt Netflix ins Spiel. Netflix ist ja sehr, sehr stark gelaufen nach dem Ausverkauf zu Beginn des Jahres 2022, eigentlich müsste man schon zurückgehen bis hier, Ende des Jahres 2021 nach den Allzeithochs. Da haben wir uns den Abschlägen von 700 Dollar in der Spitze Abschläge zu sehen bekommen, bis in Gefilde um 160, also Korrekturbewegung über 70 Prozent der Aktie. Diese Bodenbildung und dann leichter Curl-Up mit jetzt einer deutlichen Beschleunigung und einem sogenannten Gap Close hier der Earnings, die wir dort für das vierte Quartal 2021 zu sehen bekommen haben, Anfang des Jahres 2022. Also sehr, sehr stark überdehnter Modus und durchaus dann mit viel Vorschusslorbeeren jetzt in diese Earnings gekommen. Und die waren, wie gesagt, sie waren nicht katastrophal schlecht, aber sie waren eben auch nicht ausreichend stark. Die habe ich gestern auch kurz getwittert gehabt. Gewinn pro Aktie über der Erwartung, aber der Revenue, der Umsatz unter der Erwartung geblieben und auch die Guidance für den Umsatz unter der Erwartung geblieben. Und das sorgt dafür, dass die Aktie jetzt in der Nachbörse dann Abschläge zu sehen bekommen hat, in Größenordnung um 8 bis 10 Prozent ungefähr. Und die Kurslevel, ich will da jetzt gar nicht so sehr in die Details gehen bezüglich der Earnings, in Bezug auf, wie gesagt, den überdehnten Modus und diese Enttäuschung, diesen Abschlägen, ist das ein klares Signal eigentlich. Wir sind in der Nachbörse bis 430 zurückgesetzt, das ist diese schwarz gestrichelte Linie, dass wir sagen, das ist ein Schlüssellevel für heute. Droppen wir unter 430, halten wir unter 430, ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in Netflix eine Korrektur bis in Gefilde vielleicht um die 410, 415 US-Dollar pro Aktie ungefähr zu sehen bekommen. Das könnte interessant sein für sogenannte Momentum-Plays. Interessant wäre, wenn wir, wobei jetzt abzuwarten ist, wie sie europäischen Märkte sich darstellen, also wir sehen zum Beispiel im Hinblick auf den DAX nochmal eine Attacke hier jetzt aktuell auf die 16.100er-Region. Mal gucken, ob Europa wirklich schwach reinkommt. Schwäche in Europa könnte auf jeden Fall so ein Über-Schwapp-Effekt auf dann die Nasdaq haben, die dann hier gegen diese Region ungefähr um 16.000 überrollen sieht und ein Rücksetzer in Richtung dieser, wenn auch recht steilen erstmal Trendlinie. Aber genau diese Schwäche übergeordnet könnte dann eben auch auf eine Netflix durchschlagen. Sollte sie sich jetzt erstmal nicht zeigen, wäre nicht auszuschließen, dass wir zur Markteröffnung einen kurzen Pop zu sehen bekommen in der Netflix. Und dann müsste sich zeigen, ob wir unterhalb von 450, das ist ungefähr, 450 Dollar, das ist der durchschnittlich auf die Earnings gestern bezahlte Preis, ob wir unterhalb von 450 Dollar halten, falls ja, rollen wir über, dann wäre Netflix gegen diesen Bereich auch Short, mit der Überlegung nochmal hinzuzunehmen bei sich einer etablierenden Trendstruktur Intraday und Drop unter die hier schwarz gestrichtete Linie unter 4,30. Gehen wir zurück über 450, halten umhalb von 450, dann wäre Netflix als Shortplay erstmal keine Option. Und das soweit meinerseits. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für den heutigen Handelstag. Happy Trading, passt auf die Stops auf, wir hören uns morgen wieder, habt euch wohl, bis dann. Bis zum nächsten Mal.